Du kannst da eh nicht dran ziehen, wetten? Nachher wieder, es muss eh wieder Hagrid machen. Harry darf immer alles verzaubern und Hagrid muss die starken Sachen machen, weil Harry dazu zu schwach ist. Harry, weg da. Ich habe einen wichtigen Auftrag, ich muss an diesem Ding entziehen. Oh, da habt ihr gerade Fang gesehen, wie der da hochgegangen ist. Armer Fang. So, den nimmt man auch nicht mit auf so eine Expedition. Äh, Harry, was hast du für ein Sprungproblem gerade? So, ist die Lampe noch wichtig? Nein. Die Lampe auch nicht? Nein. Hallo, noch ein Drachen. Naja gut, wir können ja zaubern, wir sind ja mal so frei. Aha, was haben wir jetzt davon? Mag der Drache Farbenspielchen? Oh ja, er singt gerne. Achso, sollen wir jetzt spielen? Ah ja, gut. Dann spielen wir. Haben wir irgendeine bestimmte Vorgabe oder so? Achso, okay. Rot, Gelb. Ah gut, ja, muss man auch erstmal wissen. Rot und Gelb. Der Drache ist aber wählerisch. Naja gut. Rot. Äh. Äh. Gelb. Ja, der Drache freut sich. Grün, Gelb, Blau. Gut. Grün, Gelb, Blau. Grün. Gelb. Blau. Ach, wie süß der immer nickt. Rot, Gelb, Blau, Grün. Rot, Gelb, Blau, Grün. Ja, so. Na komm. Oh ja, bist du jetzt fertig, bitte? Ja. Ohohoho. Ich hab mich grad spontan in den Drachen verliebt. Ehrlich, der ist so süß. Ehrlich mal. Aber dann auch noch so, ja, ich will jetzt hier den und den Ton hören und wehe, du, du spielst was anderes. Also hier geht's ja anscheinend weiter, gut. Gut zu wissen. Und da haben wir noch was vergessen. Oh Mann, ihr macht mich, ja, ihr macht mich fertig, wisst ihr das? Ah. Ja, und uns passiert nichts. Oder jedenfalls nicht viel. Ach, du heilige Scheiße. Das ist krank. Ja, das ist wirklich krank. Ja, und alle stürzen sich danach in den Tod. Nö, nein, na. Heck, ey, Hagrid. Danke, dass du mich da runtergeschubst hast. L-l-l-la, lass mich erstmal zu Luft holen hier gerade. Boah, ey. Das ist doch, krank ist das doch. Oh. Willst du mich eigentlich verarschen? Könntest du da... Der springt da nicht rüber. Jetzt spring doch... Ähm, ja. Danke. Boah, man muss sich nur drüber aufregen, dann funktioniert das. Oh Mann. Fürchterlich. So, fang. Buddel mal, bevor du da reinfliegst. Ah, du hast wieder so eine Kiste ausgegraben, die wir wahrscheinlich wieder nicht benutzen können. Nutzloser Hund. Sehr nutzloser Hund. Ich finde das so schade, dass man das echt nicht benutzen kann. Das ist wirklich übelst schade. Auch das hier können wir wieder nicht benutzen. Oh, fang. Bleib doch einfach zu Hause. Ich wollte dich nicht mitnehmen. Das ist alles deinem bösen Herrchen da zu verdanken. Dass der dich überall mit hinschleppen muss. Ah Gott, das ist wieder mein Lieblingsfeuer. Nein, hier können wir nichts tun. Entschuldigung. Ich habe halt manchmal so unkontrollierte Wutausbrüche. Ich bin Harry Potter, ich darf das. So, wir wollen nicht an dem imaginären Feuer da sterben. Kriege ich keine Münzen. Da oben ist das Wasser. So, dann lösch mal. Oder muss ich noch irgendwoher Wasser holen? Äh, ja. Ja, ich muss bestimmt Wasser holen. Ich dachte, da wäre schon Wasser drin. Egal. Ja, woher Wasser kriegen? Ach, da oben ist Wasser auch gut. Äh, ja. Äh, äußerst interessant. Entschuldigung, Hagrid. War nicht so gemeint. Ich wollte hier nur in das schöne Aquarium. Ah, okay. Dann muss ich das Teil vielleicht erst in das Wasser zaubern. Und dann darüber. Ich habe echt nicht gesehen, dass da... Könntest du? Och, Harry. Ist das dein Ernst? Och, nö, ne? Das da... Nee. Das wäre jetzt echt mies. Äh, ich komme da auch so nicht hoch. Ja. Äh, das ist jetzt aber mies. Das ist jetzt richtig mies. Ja, fang. Geh doch vom Feuer weg. Ach, jetzt habt ihr es mir wieder da oben hingestellt. Ah. Mit oder ohne Teile. Löscht das das jetzt so schon, oder? Ah, ich muss da länger... Ah, das ist mit... Das ist ein Zeitspiel. Okay. Ja, das ist ja fies. Das ist ja fies. Mach das aus. Ja, aber ich kriege die Teile da doch nicht raus. Hä? Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Aber okay. Äh, ja. Interessant. Na ja. Ah, jetzt ist es ganz aus. Ich dachte, das wäre ein Zeitspiel. Aber okay. Muss man auch erstmal alles wissen, ne? Aber warum nehmt ihr hier auch so einen undichten Eimer? Na komm, geh aus, geh aus, geh aus. Ich will das nicht nochmal machen. Danke. So. So. Na ja, gut. Ist ja doch nicht so schwer. Na komm, mach das aus. Schneller. Danke. So. Jetzt können wir uns hier was bauen, dass wir dann da hochkommen. Genau. Genau so war es geplant. Ja komm. Ach, die Blumen. Ja, durch die Brücke, die wir uns da gebaut haben. Was hab ich jetzt davon? Keine Münzen, gar nichts. Ihr seid fies. Ihr seid richtig fies. Ach, der blaue Drache. Was hast du denn für einen Wunsch? Was können wir für dich tun? Ach, du siehst nicht gut gelaunt aus. Muss ich ehrlich sagen. Und mein Herz gehört schon dem grünen Drachen. Ich hoffe, du bist jetzt nicht beleidigt. Ah, gut. Du möchtest ja anscheinend spielen. Wo soll ich denn damit bitte hin? Wo soll ich denn damit hin? Moment. Erstmal sehe ich nix. Und du zielst eh nur dahin. Du triffst mich eh nicht. Ja, hier willst du den Ring wiederhaben. Nö, anscheinend nicht. Ja gut. Aber, ähm. Ach so, ich muss den dazu bewegen, dass der auf die Dinger zielt anscheinend. Ja. Musst du öfter drauf zielen? Ziel nochmal bitte. Du bist ja anscheinend so ein Spielkind. Ah, okay. Ach, im Moment verstehe ich das aber schnell, was die von mir wollen. Ja, du darfst ruhig treffen. So, und jetzt bitte nochmal hier. Und dann können wir da durch. Vielen Dank, dass du das so bereitwillig für uns gemacht hast. Oh, hi. Können wir dich befreien? Ne, dich können wir auch nur befreien, wenn wir einen anderen Zauber haben. Schade. Ah, die vorletzte. Das freut mich immer. Na, dann zauber mal. Äh, 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 äh. Ja, sehe ich auch so. Ach, nö. Äh, ja. Ich hätte gern erstmal, glaube ich, das lila, ne? Das lila, ne? Nicht das blaue. Aber okay. So, dahin. Ja, ich schicke schon ein paar Teile. Ach so, ich kann die gar nicht so nehmen anscheinend. Auch gut. Ja gut, dann... Das hält niemals. Ey, Harry. Kannst du es vielleicht mal lassen, die Teile weg zu... Na? Ich improvisiere jetzt einfach. Wahrscheinlich hätte ich erst das Grüne nehmen müssen. Kann das da rauf? Naja, vielleicht funktioniert es ja auch so. Wäre auf jeden Fall schön. Ah, ich bin drüben. Brauche ich das nochmal? Muss ich euch den Weg machen? Ne, ne? Das schafft er auch so. Ja gut. Ein Wappen. Ich will das Wappen haben. So, ja. Hier kann wieder kein Mensch irgendwas machen. Nö. Hier geht... Hier kann man sterben. Ich wollte gerade sagen, hier geht's nicht weiter, aber da kann man sterben. Oh, juhu. Wappen. Her damit. Ah, ich bin schon mal befriedigt heute. Für heute bin ich schon mal richtig befriedigt hier. So, Fang. Ich glaube, da kannst du wieder buddeln. Dann buddel mal. Bestimmt wieder so eine Truhe, die wir nicht gebrauchen können. Ja. Das war mir klar. Aber gut. Wenigstens Münzen. Entschuldigung. So. Und jetzt hätte ich gerne noch das hier geöffnet. Aber wie? Geht wahrscheinlich wieder nicht, wa? Ja. Das geht aber nicht. Ich wette mit euch, dass das schon wieder nicht geht. Nein! Ah! Geh nochmal zurück. Ich will das Wappen haben. So, Hagrid. Kannst du? Nö. Du kannst auch nicht. Ja. Aber ich will das Wappen haben. Ihr könnt das doch nicht mit mir machen. Ja. Das macht ihr nämlich nicht. Na. Dann kriege ich das Wappen auch nicht. Anscheinend. Ja. Das deprimiert mich jetzt. Das kann es doch nicht sein, dass das... Ihr seid Zauberer. Hallo! Na. Dann machen wir jetzt den Drachen. Es ist ärgerlich. Da war ein Wappen. Aber gut. Das ist jetzt persönliches Pech, würde ich sagen. Aber Hagrid, wo hast du uns hier hingeführt? Ja, bist du jetzt fertig? Ja. Ah, da kämpft noch wer. Der hilft uns auch. Gut. War es das jetzt? Ja, wird... Ja, ihr hättet da auch nicht drüber springen können. Also, so manchmal finde ich diese Zaubererwellen sehr, sehr unnötig. Also, da wären wir als Muggel wären da angeschmiert hier mit den ganzen Sachen. Aber... Hallo, ihr seid Zauberer! Das... 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 Ja. Dazu fällt mir jetzt gerade irgendwie nichts ein. Außer euch zu beschimpfen, dass ihr das nicht schafft. Ja, wir gehen einfach. Wir haben wahrscheinlich wieder eine Million Sachen vergessen. Ja, Prösterchen. Ach, du machst dich unsichtbar. Müssen wir jetzt bestimmt auch. Wir haben ja den Tarnumhang. Ich hoffe, dass uns das was nützt. Ach, da ist ein Drachenauge. Hallo, ich bin hier. Guck, guck. Ah, ih, das Auge verfolgt uns ja sogar. Ha, ist das cool. Fang. Buddeln. Ich gab dir den Befehl zu buddeln. Oh, Fang. Lern Leitern klettern. Ich will mal eben... Hör mal auf zu schlagen. Hör auf zu schlagen. Ah, da komme ich gar nicht dran vorbei. Es tötet mich nicht und ich komme nicht dran vorbei. Okay. Naja, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich wieder eine Million Sachen vergessen. Aber okay. Das mit dem Wappen ärgert mich schon wieder. Na gut. Ah, die Münzen sind mir jetzt wurscht. Fang. Spielst du gerade toter Hund oder wie? Bleib wach. So. Das funktioniert wahrscheinlich nur wie da oben. Ja, ich merke es. So. Rauf mit dir, Mr. Potter. Ach so. Ich sollte mich auch unsichtbar machen. Da war was. Dann ziehen wir an. So, Drache. Ich bin gar nicht da. Ich bin noch überhaupt nicht an dir vorbeigegangen. Ach, haben wir den Drachen schön verarscht. So. Zum Glück müssten wir keinen Trank brauen. Das wäre jetzt echt wieder die Härte gewesen. Ah gut. Jetzt kommen wir anscheinend unten weiter. Hier können wir nichts machen. Und da liegen noch Münzen. Gut. Ah. Aber hier kann man bestimmt nachher wieder irgendwas machen. Ich habe auch hier das Gefühl, mit denen teilen. Oder sind das einfach nur Abfallprodukte jetzt? Ja, wa? Haha, Drache. Ich war schneller als du. Ich war schneller als du. Was macht ihr da? Ihr könnt auch gar nichts weg. Ah. Da kommen wir nicht durch. Äh. Ja. Interessant. Hagrid, mach du das mal. Du hast zwar keinen... Das muss Harry machen. Weil Harry ist der Einzige, der sich unsichtbar machen kann. Wenn man dafür daran vorbeilaufen muss, an dem Drachen... Och, Drache. Ich will dir doch nichts Böses. Ich mag Drachen. Ich liebe Drachen. Wenn sie denn real wären, dann würde ich sie lieben. Aber sind sie ja nicht. So. Warum nicht? Äh, ja. Ja, super. Aber hier geht's doch... Doch. Jetzt machst du's komischerweise. Harry, Harry, Harry. So, seid ihr jetzt durch? Zählt das jetzt? Kann ich loslassen? Ja, ich kann loslassen. Anscheinend. Gut. Ja, gut. Muss man auch erst mal wissen, ne? Weil das war eigentlich klar, dass das nur Harry machen kann. Würde nur noch mal gerne tauschen. Weil hier sind noch Münzen. Und dann würde ich ganz gerne hier noch was machen. Fang. Ich brauche deine Dienste. War schon ganz gut, dass du mitgekommen bist. Guter Hund. Hast du fein gemacht. So. Harry, musst du oder muss... Muss Hagrid? Ich hab das Gefühl, dass Hagrid muss. Weil... Ja. Hagrid, kannst du zaubern? Ach ja, du kannst ja zaubern mittlerweile. Hast ja was gelernt. Oh, hi, Drache. Hält das so? Das hält so. Nochmal. Ja, nochmal macht das nicht. Dann wieder zu Harry. Ah. Hi, äh, töte mich nicht, töte mich nicht. Ich bin ganz lieb. Du bist nicht so mein Fall. Aber ich glaub, du bist mein Drache, ne? Hm? Also Harrys Drache. Mein Drache ist ja der Grüne. Hahaha. Hagrid, musste das sein? Das waren fürchterliche Erfahrungen. Oh. Ja, Harry, du bist spät dran. Geh wieder nach Hogwarts. Und ich bin jetzt weiter verliebt und geh zu meiner Liebsten. Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Ich musste grad noch was Illegales mit Harry machen. Hm. Hm. Hahaha. Oh. Hahaha. Ahem. Ah. Oh, Mann. Herrlich. Level abgeschlossen. Dankeschön. Hauswappen. Eins, wa? Ew. Ich hätte ein zweites haben können. Hahaha. Bin zutiefst erschüttert. 74% wahrer Zauber. Goldene Steine. 62. Naja gut, wie ihr es kennt, ich schneide erstmal wieder und dann würde ich sagen, bis gleich. Einnörfer === , bis mal, vielTCab... . eigentlich, die im Liechten League. Wirklich? chang mich. Agata. Nehmen Sie die partirшей Bi1-attacaksın. Viasel, wirkulture secrets. Wirklich? Und dann wyd없et. Wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020